Oh, und damit herzlich willkommen zurück, ui, perfekter Musikswitch, zu einem Handelspfosten, dem alten Handelspfosten, dem verlassenen Handelspfosten, wessen Pfosten wo, äh, Handelspfosten, alles klar. Wir wollen weiter den Pfosten spielen, wir, und es kam ein sehr, sehr netter Einwand. Es kam ein sehr, sehr guter Einwand. Äh, erstmal gucken, ich glaube, ich war ja noch mitten im Krieg, erstmal, erstmal schauen, dass ich hier alles soweit geregelt kriege. Wolfi, perfekte Zeit, wir haben Herbst, da liegt jede Menge Laub. Äh, wow, was ist denn da alles? Aber ja, es kam ein sehr guter Einwand, warum ich hier nichts bauen kann. Hm, das ist natürlich wahrscheinlich alles fein. Das ist also das, was in der Beschreibung hieß, dass ich gewarnt werde hier von irgendwelchen Ungabunga-Ureinwohnern. Oh, Nahm, Nahmbrot ist lecker. Gehe ich beim Wochenende erst wohl wieder essen, da gehe ich wieder zum Ende. Äh, ohlalala, da wird noch weiter schön geschossen und gequetscht, das ist wunderbar, aber da wollen wir doch noch genug Reserven. So. Jetzt mal Ruhe. Leute, lasst mich in Ruhe. Ich schwöre. Ansonsten passt noch alles, ja. Sieht ganz gut aus. Das Brot ist drin, das hat die Bietheit. Ich bin ja schon schnell. No, 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 no. Alles gut eigentlich. Alles balleli. Es wird sogar gesagt, ich könnte die... Ruinen selbst kaputt... Nee, kaputt machen kann ich sie trotzdem nicht. Schöne Idee, aber klappt in der Umsetzung nicht. Achtung, Sire. So. Kommen wir dazu. Im Laufschritt. Hier wollte ich mich noch weiter nach vorne verlegen. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Ihr stellt meine Garderobe auf die Probe. Äh, ja. Ball ist da, Ball ist da. Der Ball ist da. Jeder Hund wird jetzt sofort angesprochen kommen. Wupp, 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 wupp. Ball, 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 ball. So. Zack, zack, zack. Das lassen wir mal besetzt, einfach nur. So, das passt dann soweit. Dann haben wir hier hoffentlich erstmal unsere Ruhe. Dann wird hier schön weiter geboom-boomt. Das ist okay. Die Boom-boom-Quote können wir später noch weiter erhöhen. Die Boom-boom-Quote. Das ist natürlich die Auflistung, wie viel Eis mit Kaugummistiel hier verteilt wurde. Die guten alten Boom-Booms. Habe ich ewig nicht mehr gegessen. Tatsächlich. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich habe ja gemein, ewig kein Stiele-Eis mehr gegessen. Hm. Hm. Achtung! Eine trägliche Auge. Hier braucht mal ein bisschen Unterstützung. Und ich glaube, der Wolf braucht noch ein bisschen Liebe. Liebe, 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 Liebe. Liebe, 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 Liebe. Wisst ihr was? Mir schie... Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. Jetzt schießen wir einfach den Vogel ab. Jetzt sind wir dabei. Jetzt machen wir einfach mal hier ultimatives Beschussgebiet raus. Einfach nur vor Wolls. Der Wolf kriegt jetzt einfach mal richtig den Latz zugeballert. Es werden Rekruten benötigt, Seil. Da haben wir die Schlange. Und du, das passt alles so weit. Mal gucken, wie wir da noch angreifen. Na, die Sklaven könnten ein bisschen weit durchkommen. Bisschen zu weit für meinen Geschmack. Ich meine, wir haben hier überall noch ein paar Schützchen. Das hätte knapp werden können. So, wir bräuchten aber trotzdem noch ein... Ach, haben wir. Arabisches Ausbildungslager. Holen wir uns mal einen Fallen-Aufdeck-Dienst. Ich glaube, Leiterträger wären sogar günstiger als Sklaven. Aber dafür müssen wir erst mal... Nö, nicht tatsächlich. Hier da. Schaut mal kurz da hoch. Gibt eh keinen anderen Sinn. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Und ich finde, uns fehlen noch die ein oder andere Mange. Ihr seid ein erträglicher Verlust. Ja, dankeschön. Boah, das tue aus. Ich hasse diesen Glitch. Nee, nee, nee. Nö, nö. Bin dann so. Besser. So, dann haben wir hier noch Platz für... Euer Knall. Eine Mange. Mange doch zu netto. Ach, es werden Rekruten benötigt sein. Wunderbar. Bier haut weiterhin hin. Ich könnte tatsächlich eine Bevölkerung sogar noch hochgehen. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Wir haben immer noch genug 4-4-Bier-Ausschank. Ähm, Nahrung könnte ein bisschen problematisch erwärten, aber es geht, glaube ich, noch. Dafür werde ich mich rächen. Ja, was du dich alles rächen willst, Freund. Schau mal eher zu, dass du Kakelas anrufst. Der Steinschlag ging ihm langsam ziemlich heftige Dimensionen an. Wadze, 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 wadze. Ah ja, das ist... Ich glaube, der sollte echt mal anfangen, Regenschirme an die Bevölkerung zu verteilen. Das ist noch nicht mal meine finale Form. Das Geld geht da ziemlich schnell flöten. Ach, Saladin, der macht mal gewöhnlich. So, noch mal rein. Rüber, noch mal hoch, komm mal dran. Ich glaube, so haut das alles ganz gut hin. So, die Leiterträger haben erfolgreich aufgedeckt, wie ich sehe. Wunderbar. Maulai ist wirklich die Frage, die sich schon alle mal gestellt haben, glaube ich. Wir benötigen Gold. Himmel, wenn das wirklich alles fein sind, dann Leckgummi. Stell dir mal vor, wir wären mit Belagungsgerät hochgefahren. So, oh, 50 Katapulte geworden. Jetzt gucken wir mal in Richtung oben, um den zu beschießen. Liebe Sklaven, zeig mal her. Und... Ja, das sind tatsächlich alles fein, wie gemein. Aber wenn ich dann noch Eisen abbauen kann, soll mir das recht sein. Gut, okay, ich habe hier oben Eisen. Vielleicht schon mal für ein bisschen Produktion habe ich hier genug mehr Eisen. Hey, warum schießt du nicht? Junge. Ist uns alle am Schießen, ja? Wunderbar. Watz, 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 watz. Ui, also die Schlange hat mittlerweile ein bisschen was an Truppen. Und sie überdruppen knapp. Schon fast Grund genug, einen Angstfaktor plus zu machen. Bravo. Tut mir leid, lese ich nicht. Ein Angstfaktor plus sorgt dafür, dass sowohl die Lanzenträger als auch die arabischen Bogenschützen mit einem Schuss sterben. Das macht schon mal einen großen Unterschied in der reinen Effizienz. Plus eins haben wir, wunderbar. Durch dieses Plus eins können wir sogar eine Steuerstufe hochgehen, weil wir jetzt genau Plus eins haben. Gut, aber es liegt auch nur an der Religion. Die muss ja auch nicht ewig halten. Andererseits... Was spricht denn dagegen? Okay, in der Kathedrale wird ein bisschen schwierig. Vielleicht hier hinten. Nee, auch nicht. Doch, hier könnte man einen aufbauen. Aber die Kirche mache ich schon mal. Weil wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, würde ich sagen. Und dadurch habe ich jetzt sowieso plus eins Basis. Äh, super. Gut, ich sehe es gerade, die Segnung ist ein kleines bisschen ein Problem. Aber genau diese plus eins Basis habe ich jetzt so oder so. Und wenn es zumindest auf plus zwei kommt, habe ich ein kleines Plus hier und da. Klingt nach dem Plan. Zur Stelle! Wir haben einen minimalen Bonus, der uns hilft, Glanzenträger und arabische Bogenschützen zu one-shotten, statt dass sie leicht überleben. Und durchaus ein Unterschied in der Praxis. Obwohl es nur fünf Prozent Schadensbonus sind. Und dann könnten wir schon fast über den Angriff nachdenken. Ich meine, Peginiere kriege ich gerade aus Eigenproduktion raus. Das ist schön. Das ist wirklich wunderbar. Das ist ultra toll. Die Tolligkeit ist gegeben. Du bist nur am Flexen. Du bist gefeuert. Haben wir echt schon keine Bäume mehr? Sind alle Bäume weg? Alle Bäume sind weg. Hammer. Da hatte ich gar nicht so viele Holzfäller. Gemein. Boah. Und ich merke gerade, die Steine stapeln sich auch noch. Die könnten auch schnell abtransportiert werden. Der Abt-Transport, ja? Der Abtransport. Danke, danke. Ich habe den lang eingeübt, den Witz. Ei. So. Ja, der Wolf ist eigentlich so gut wie sturmreif. Beim Kalifen müssen wir uns was einfallen lassen. Den guten alten Saladin. Da könnte man doch hier kaputt machen und mit einem guten alten Belagerungsturm ranfahren, oder? Wir holen den guten alten Bocci mit dazu. Allgemein, bei der eigentlich, nur beim Kalifen lohnt es sich eigentlich, jetzt hier mit dem Pekinieren zu kommen. Gegen Schlange und Saladin werden Schwertkämpfer eigentlich effektiver. Wenn ich schaffe da oben frei zu räumen, können wir eigentlich eine Schwertkämpfer-Division erstellen. Spreche nichts dagegen. Äh, Nummer zwei. Sammelpunkt, bitte. Sammeln. So. Fallen auf Deck, Kommando. Vorwärts. Du, 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 Heiland. Also wahrscheinlich immer noch nur Minitag. Quatsch, hier noch guckt euch das an. Bis ich die alle weg habe, dauert es, glaube ich, ein bisschen. Na, Wolfi, wie geht's so? Wenn das so weitergeht, wird er einfach von Steiner schlagen irgendwann. Rente. Ja, und Steiner ist es erfolgt, würde ich sagen. Ich meine, wenn Wolfi... Wir können es auch andersrum machen. Wir können unsere Pekinieren mal nutzen, um unten beim Wolf jetzt aufzuräumen. Dann machen wir den Kalifen gleich mit weg. Der wird aber erstmal fachgerecht bombardiert. Und Saladin, heben wir uns für den grünenden Abschluss auf. Abschlussverkauf. 73, das ist doch eine Zahl. So. Die wollten mir Marihuana andrehen. Tut mir leid. Die mussten in die Fallen geschickt werden. Ab in die Falle mit dir, liebe Sklave. So, dafür reiße ich mal die Kapelle hier ab. Dann haben wir hier noch möglicherweise extra Platz. Wir benötigen Holz. Für extra Waffelproduktion. Holz ist halt leider so ein Problem. Leicht gemein. Bravo. Ah, genau. Also, ich glaube, ich habe genug Wecker. So ist es nicht. Das Volk huldigt euch sein. Tut mir leid, du bist erstmal weg. Hier hinten hätte ich gerne nochmal eine extra schöne Schwertproduktion. Aber da möchte ich jetzt nochmal loslegen ein bisschen. Das wäre cool. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Mindestens. Eine Nachricht vom Wolf. Dafür werde ich mich rächen. Weil Schwertis jetzt für Saladin und Schlange sind dann unglaublich praktisch, muss ich sagen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So. Ist jetzt zwar nicht der alleroptimalste Laufweg, aber... Brauchbar. Dafür brauchen wir aber mehr Eisen. Liebe Sklaven, was läuft mit der Eisen-Freischaufelungsaktion? Machen wir weiter. Was läuft? Ja, mittlerweile wird uns wieder ein bisschen wenig Leute zu rekrutieren gerade. Ich merke schon. Haben wir nicht noch irgendwo... Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben doch Holzfäller, die keine Arbeit mehr haben. Komm, die könnten bei wenigstens freigehauen werden. Jäger liebt uns sterben. Das ist schon seit ich auch wieder war. Du kannst eigentlich auch weg. Äh... Du bist tot? Pah. Gefeuert, Junge. Der Bundesarbeiter, den brauchen wir nicht mehr. Der Holzfäller hat kein Holz mehr. Ja, da kriegen wir noch ein paar Arbeiter wieder zusammen. Wir sind der zweitgrößte Herrscher. Hm. Hm. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir sind über mir. Wahrscheinlich... Ah, Saladin. War klar. War ja Knaus. Es werden Rekruten benötigt sein. Immer noch viel zu viele Fallen. Ich möchte doch bloß das Eisen haben. Aber ich glaube, die Bewohner lösen das Eisen. Das Eisen, die fallen doch automatisch auf dann, ne? Auf. Aus. Das heißt, ich habe mit den Arbeitern einen kostenlosen Aufdeckdienst. Ich glaube, es ist jetzt eh nur dafür da, um hier ein bisschen extra Eisen zu holen. Für meine Produktionsstätten. Mario Hanuk. Genau. Das ist einfach Wahnsinn, was hier alles ist. So. Rekruten sind noch so ein kleines Problemchen. Ich glaube, Bäcker haben wir sowieso zu viele. Drei Bäcker tun es genauso bei der Menge an Mehl, die hier reinkommt. Wisst ihr was? Wir haben hier genug Hopfen und Bier kommen. Kack drauf. Wir erhöhen einfach die Bevölkerung. Nochmal. Bringt uns jetzt auch nicht um. Ja, man kriegt gerade drei einen Bonus. Einmal geht es sogar noch bis zu 90. Zack. Dann können wir mal ordentlich auf die Industrie, aufs Industriegas beteiligt reden. Ja, wunderbar. Guckt mal. Automatischer Fallenaufdeckdienst. Vielen Dank, dass Sie unseren Service benutzt haben. Hi. Yay. Endlich, Leute. Es werden Rekruten benötigt sein. So, Wolfi. Wie läuft's denn bei dir so? So gut, ja? Freut mich zu hören. Klatsch, 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 klatsch. Da wird ständig irgendwas da quetscht. Das ist Wahnsinn. Oh, eine ordentliche Schwertedivision. Für den Kalifen noch nicht. Das ist Selbstmord bei den ganzen Pechgräben. Na gut, den Kalifen werde ich eh so klump schießen mit Katapulten. Und Triebocken. Schlange, da können wir einfach rein spazieren. Und beim Saladin denke ich mir noch was Besonderes aus. Hm, no, no, no. So. Oh, oh. Oh, ich hab meinen einen Angstfaktor-Bonus verloren. Oh. Nein, Angstfaktor-Chan. Komm zurück. Das Volk vertraut euch, mein Lord. Wir sind bereit. So. Es werden Rekruten benötigt. Es ist immer wieder super, wie Bürger zu Sklaven befördert werden, ne? Das ist perfekt. Bist arbeitslos? Jetzt. Habe nun eine Zukunft im Reich und werde jetzt Sklave hier bewerben. Oder folgen wir nochmal. Mach mal her. Oh. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Alter, Falter. Das sind so viele fallen. Aber so langsam kommt es endlich weiter, das Zeug. wie es auch sollte. Gucken, ob es sogar für eine weitere Reisenfarm reicht. Ah ja, Automarktplatz. Das Einzige, was leider noch nicht mit dem Innoffizien-Patch so richtig reingeht, was noch richtig praktisch wäre. Einfach nur... Gut, es geht, aber nur über ein externes Tool und das ist auch wieder doof. So was will man doch nicht. So, Wolfi, du meinst also, es ist Zeit zum Abendessen, ja? Bist du dir auch sicher mit dieser Aussage? Wir können ja vorher noch mal speichern. Der Handelspfosten, der gute Alte. Ja, ich würde mal sagen, alle Vorbereitungen wirtschaftlich und alles andere sind soweit abends geschlossen. Dann setzen wir noch ein bisschen, ich würde mal sagen, nächste Runde, äh, nächste Folge, wir machen diese, diese Folge einfach nur die restlichen Vorbereitungen und nächste Folge ist dann einfach nur unser Blitzkrieg gegen die Moodzeigersinn quasi. Oh, ich weiß nicht, es ist einfach mehr Bombardierung als alles andere. Wir gehen einfach im Autozeigersinn durch und starten den Rasierer einfach nur. Wir gehen dann einfach nur, wutsch, wir wüschen einfach einmal drüber. Aber wir belassen uns Zeit und nehmen uns den Spaß, das alles passend zu machen. Der Wolf, der Wolf, der ist ja schon sturmreif gebombt, da müssen wir einfach nur Hallo sagen. Das ist quasi, wir gehen hin, weil gerade Halloweenabend süßes oder saures quasi. Beim Kalif machen wir ordentlich Katapultrasur. Schlange höchstwahrscheinlich einfach. Mit Schlange können wir vielleicht was anderes machen. Mal gucken, was mir so einfällt. Und Saladin, den machen wir wahrscheinlich wirklich mit einem schönen Belagerungsturmsturm und so. Gucken, was da noch so schönes kommt. Und Möglichkeiten bestellen. Die Stichkeiten bemöglichen. Nein, es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt sein. Wir benötigen mehr Waffen, mein Lord. Oh, jetzt wird aber Nahrung langsam ein bisschen knapp. Aber wenn ich mich die Religion so angucke, ich glaube, die braucht man nicht mal so dringend. Eine Nachricht der Schlange. Was für ein Held. Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Schnuddel. Ich habe auch eine Überraschung für mich. Eine Nachricht von Saladin. Eure barbarische Vorgehensweise. Eure primitiven Pläne. Ihr seid zu durchschaubar, mein Freund. Es werden Waffen benötigt sein. Ich kann der nicht zurückschießen, oder? Boah, leck mich doch. Du blöder Pipikopf, du. Das gibt es ja nicht. Meine Streitkräfte haben euch erneut zugesetzt. Deine Mutter hat zugesetzt, ey. So, okay. Boah. Und Marsch. Und das Zeug ist bereit. Meine Güte. Wenner wenigstens auch ein paar Fallen mit abgebrannt werden. Sausack, diese. Nix da. Weg mit euch. Ich krieg den echt nicht. Das ist richtig gemein. Der ist doch perfekt hinter dem... Oh mein Gott. Du Arschkicks. Ich will ihm echt meine Katodrale abreißen. Da hätte er jetzt sich einen Augenblick angefackelt. Äh, vielleicht doch ein Brunnen. Und da oben auch noch einen. Hörst du auf! Ich treff den nicht. Das macht mich einfach nur irre. Ich krieg den einfach nicht. Boah, natürlich sind die wieder fallen. Später. Das soll mich bloß mit seiner Kackballistung holen lassen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Im Laufschritt. Eure Beliebtheit steigt. Ein erträglicher Auferd. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Feuer, Gnaden. Und Marsch! Ach, jetzt sind wir weg, oder was? Boah. Diese Sacknaht. Okay. Alles wird aufgestellt. Alles ist glücklich. Es werden Waffen benötigt sein. Oh Gott, wie viele Ballisten haben die mir eigentlich zerschossen mittlerweile? Wie lange war ich eigentlich im Urlaub? Ah Gott. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Okay. Kommt mal ran. Kommt mal rauf. Hier ist ein, der grüß der Heilschaden. Was hüttet ihr? Belagerungsgeräte bemann. Nutzen wir doch mal unsere Baumeisterhorde. Waffen geschultert. Bereits eure Lordschaft. Zur Stelle. Achtung! In Ordnung. Okay. Ja, unsere Eisenproduktion. Hm. Wunderschön. Saladin, mit dir werde ich richtig viel Spaß haben später. Okay. Alles klar. Nimm das Visier hoch, Mann. Mal schön noch die Armee bereitstellen. Baumeister kommen auf den Bergfried. Und los! Vorwärts! So. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Waffen benötigt sein. Unser Werkzeug ist Eier. Okay. Und rüber. Im Laufschwett. Und los. Oh, Gott. Ihr lieben Sklaven. Geht mir bloß nicht auf die Eier. Dankeschön. Wunderbar Gut, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich hier wieder fürs Zusehen Und wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Folge Wenn es jetzt an die Offensive geht Und wenn wir einfach den gesamten Rest jetzt mal ordentlich hier wegklatschen Mit ordentlich Anlauf Da freue ich mich schon drauf Das könnte echt lustig werden Ich habe für euch alle meine Pläne, meine Freunde Für jeden von euch Jeder von euch kommt ganz gut ran Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen Und bis zur nächsten Folge